hiermit heiße ich euch herzlich willkommen zu einem neuen video bei mir auf dem kanal vielleicht dass jetzt ja letzten sonntag kein video kam ich fand einfach von der zeit her nicht ausgereicht wir sind mal wieder bei monsieur ja genau mit reifen aufziehen und ich habe euch ja versprochen ich habe es euch ja versprochen dass ich euch erkläre wie man eine felge beilackiert dann halt so ein relativ als es ist okay aus dem meter entfernung sieht es okay aus das reicht hier werde ich aber noch mal abschleifen und noch mal neu lackieren weil die sieht nicht gut aus nicht der standard den ich möchte man noch so ein zwei marken finde ich nicht schön machen wir raus schleifen auch von der david ist übrigens dabei gerade seine antriebswelle der mein letztes video gesehen hat für die 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 es nicht gesehen haben blenden wir es jetzt noch mal kurz ein der david hat nämlich seine antriebswelle verloren beim dritten nur in zwei geteilt was mache ich jetzt hier bei der felge die ich sowieso jetzt so schön ist so schön so schön fand ich werde das jetzt noch mal mit 1k ein bisschen füllen deswegen denke ich das schon mal ab für außen kann auch abgedeckt bleiben dann danach weil ich das danach nur noch schnell angrabbel und dann das silber drüber lackiere dafür müssen wir nur in noch mal neu abkleben dann genau also das was wir jetzt gemacht haben ist wir haben das jetzt noch mal hochgeschliffen wir haben 240er angesetzt und noch mal hochgeschliffen auf 1000 und genau das selber habe ich halt bei den anderen felgen auch gemacht die schäden rausschleifen gucken dass er die rausschleift vielleicht ein bisschen schöner als ich wenn er ein exzenter zu hause hat natürlich geil ohne dauert es 100.000 jahre gerne machen wenn er wollte ich habe dafür keine geduld dass hier ist nur ein schneller bei push weil ich weiß dass ich die felgen sowieso niemals abgeben werde ich will die nicht abgeben die hätte sie gerne ich weiß dass du die genommen hätten das ding ist halt matt schwarz matt schwarz finde ich halt so weiß ich nicht das ist so ich bin zu alt für matt schwarz jetzt weißt du die älter du wirst ja den ist darum geht es gar nicht ich mag ich habe heute wieder so mit 19 fand ich das auch bei instagram einen schönen 36 drifter gesehen mit den felgen im matchboard so ein prügel tief und irgendwie sah es halt schon die felgen sind geil die felgen sind geil was habe ich jetzt gemacht ich habe jetzt einfach mal ein normales schwarz genommen als füllmaterial bin damit aber auch noch nicht zufrieden also hier sieht man das ist halt scheiße deswegen haben wir das ganze jetzt auch hier oberhalb ein bisschen scharfkantig abgedeckt weil das beim schleifen ganz schnell zu brechen ist da müssen wir jetzt mal gucken wie wir das hier schön hinbekommen und es geht einfach nur jetzt auch darum die schleifräfe hinzuzumachen und eigentlich nichts anderes wir haben natürlich so viel geld damit denken wir jetzt hier ab mit ja und ich habe jetzt hier einmal von hinten gegen geklebt damit wir das hier jetzt quasi umlegen können damit wir hier eine weiche kante bekommen das heißt dass wir hier keine keine scharfe abrisskante kriegen und das wir dann wirklich füllen wir hier rein so sieht das dann aus also man sieht davon wirklich nichts das sollte natürlich das ziel sein wenn wir sowas beilackieren also wie gesagt das legen wir jetzt hier um kleben das hier fest und dann schön von der kante weg das ist eigentlich so ziemlich das a und o wenn ihr sowas spotten wollt ja david nochmal vielen dank dass du jetzt kurz unter das auto gerucht hast ähm weil wir eine umwucht haben aber schon seit über einem jahr jetzt im auto und schon der gedanke da war dass es eventuell die radlager sind aber was haben wir festgestellt das heißt in einem der nächsten videos werdet ihr sehen und da bin ich sehr froh dass ich dich ja und zum glück waren die vor drei jahren schon mal draußen im besten fall wurden die schön eingefettet und sind die festgekommen und das was wir noch gucken müssen ist das ist mittelwelle also nicht mittelwelle 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 genau weil e46 mag das absolut nicht beim klatschkicken und ich bin ich will sogar nicht warum deine antriebswellen so viel spiel haben gut frage beantwortet ja mit den felgen geht es eigentlich auch soweit ganz gut weiter wie ihr seht das ist jetzt die letzte die wir machen das nervige bei selber ist immer sowas da hilft nur nebeln 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 bis es einigermaßen gleichmäßig aussieht das heißt es macht keinen sinn wenn ich jetzt hingehe und die farbe da voll drauf rotze sondern wirklich nur nebeln 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 das problem ist bei silber und das ist auch das was silber so schwierig zum lackieren macht ist dass silber sehr feine pigmente hat und das was ihr immer seht wenn das so beuglich aussieht oder keine ahnung was ist dass sich die silberpigmente einfach falsch reingehen ja was passiert wenn man zeit nachnebelt ja nicht nass genug lackiert oder wenn die vorarbeit scheiße war also scheiße geschliffen worden ist oder sonstiges und hier müssen wir jetzt gucken dass wir es einigermaßen kaschieren so ganz kleine stellen gehen auch gerne mal im klarlack noch weg also alles halb so wild ich nehme jetzt erstmal noch ein bisschen und guck mal wie es dann gleich aussieht so meine lieben ja und damit ist jetzt auch die letzte felge lackiert die hier machen wir nicht bei der schaden ist einfach viel zu heftig das ist eher so die felge die man dann austauscht und neu kauft das hat sich gelegt einigermaßen einfach nur durchs neben und so einfach kann man mit das haben wir bezahlt 15 euro oder der scheiße von action ja schmeiß weg der scheiße von action seine felgen wieder ein bisschen hübscher machen ich würde euch allerdings empfehlen nehmt 2k dosen klarlack den gibt es auch ist in der regel noch ein bisschen besser als 1k ich bin eigentlich kein fan von 1k für so bei fusch geschichten geht es aber selbst da wäre eigentlich 2k sinnvoller und damit verabschieden wir uns auch schon wieder ich wünsche euch ein wunderschönes wochenende und ich würde sagen würden wir sehen uns im nächsten video willst du noch was sagen willst du schon auf die antriebswellen ja das funktioniert schon hat er auch gesagt beim reifen mal abdrücken 7 8 9 10 10 10